Ich hab die gerade geschützt, da wollte ich umfahren, hab ich mir nur gesehen. Ja, ich kann mich verfolgen. Oh, mit der Baschfahrt fahren. Äh, nee, mit der Sanchez. Oh, Mann! Ich war mit meiner Sanchez, den lieben Langtrag. Mann! Oh, da ist der Forst, wenn ich mir hingefahren hätte, dass du da... Oh, shit! Das war so nicht geplant. Meine Pessra fährt weiter. Meine Pessra ist immer noch unterwegs, nur sitze ich nicht mehr drin. Ich hol mir gleich auch mal eine Pessra. Ich hab die noch nie. Ich hab die zwar noch, ich hab die noch nicht genutzt. Alter, ich bin... Das sind alle Pessra. Ich hab grad mein... Ich hab grad meinen... Ich wollte, ich wollte halt in euch reinklatschen und hab mein Fahrwerk ausgefahren und außerdem auch noch F gedrückt. Ich springe also raus, meine Pessra segelt ganz gemütlich über die Straße und landet von selbst. Die Pessra steht jetzt hier mitten auf der Straße. Hey, hey! Das wär nix. Das wär nix. Ich hab nichts gerammt damit, geil. Oh, shit! Nein! Wir wollten jetzt noch so... Das ist nicht meiner. Meine Eltern. Nein, das ist meiner. Ey! Ey! Ah! Gott, das fängt noch eins! Was ist denn da? Was? Da kommt mal raus. Nicht schnell auf. Na Crypex. Da ist... Wie ist Crypex gestorben? Es ist einfach alles in Lübach. Ich bin grad einfach noch in Ruhe mit euch einges Cotton. Oh man! Ich bin aufgerückt, immer mal aus. Ja, beruhig dich. Ich hab eine Minute Zeit. Oh mein Gott! Du warst doch spät, dass... Nö! Das war so... Das hier geht noch auf dem Feld. Naja, okay. Äh, NIIIN! Crypix! Ja, 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 nice! Oh shit! No! Tschüss Erik. Mr. Wolfs, ne? Warum springst du überhaupt ab, du Schwachkopf? Ey! Einsteigen! Das sah genial aus! Äh, bring mich mal zum, zu, zu unserer übrigen, äh, und dann steck mal an der Kanzel. Crypix, warum? Crypix is going down. Oh oh! Oh! Nix passiert, alles gut! Ja, mach irgendwas, Erik! Okay. Mach irgendwas, okay, Kopfstein! Mach irgendwas, okay, Kopfstein! Haha, Erik ist schon tot! Ja, das ist ganz so funktioniert, wenn ich das vorgestellt habe. Bestell mir jetzt aber meine Sanchez, dann bleib' ich ein bisschen noch hier. Haha, ne, Erik will zurückgelassen werden. Ist der ja eigentlich mal aufgefallen ist, da bin ich immer nur dieselbe Location. Was zum Henker? Was zum Henker war das? Was ist passiert? Was war das? Haha, Crypix, was hast du gemacht? Haha, ich bin einfach gegen dieses Geländer gepackt, wo er drin steckt ist, dann bin ich deswegen einfach hoch gegangen. Was zum Henker? Ich glaube, so nach dem Motto, I don't care! Oh nein! Haha, oh Gott! Ich bin auf der Achterbahn gelangt! Nice! Nicht schlecht! Oh oh! Bin dabei! Haha, oh oh und weg ist er! Haha, oh oh und weg ist er! Haha, oh 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 und weg ist er! Haha, oh 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 und weg ist er! Haha, oh oh oh! Hey Crypix! Pff! Nooooh! Hey Crypix! Nooooh! Haha! Es ist gekommen, ich gebe es zu ihr... Alter, f*** ich doch! Nein! Du hast meine Sanchez ins Wasser geflogen! Meine Sanchez ist ins Wasser geflogen! Genial! Verflucht! War auch gesehen? Nein! Ich bin hier drüben gelandet! Die Sanchez ist einfach über das Geländer! Ich bin vor dem Quad geflogen, bin vor dem Quad geflogen, das Quad von mir, also dass ich da gerade eingesammelt habe, hat mich überfahren. Geil. Hey, Lena. Ich habe es übrigens mal geschafft, über den ganzen Pier zu fliegen und hinten am anderen Strand, auf der anderen Strandseite wieder zu landen. Pier. Pierre. Hast du es nicht gesehen? Ja, sah sehr elegant aus. Rumpskrach weg. Wahoo, ach du Scheiße, ach du, oh oh. Yes, ich bin schon wieder drüben, wuhu, das war cool. Oh Gott, was? Oh. Oh Mann, was zum Teufel. Oh was? Ich gucke gerade nicht auf den Bildschirm, im nächsten Moment rast der durch mich durch und zerb... ...pustet mich mit einer Schrotflente. Alter, hältst du auf mit dem Scheiß? Wer war ich noch da? Du, bitte. Wer war ich? Ah, bring it to you. Nein, nein, ach Mann. Hallo? Hör auf mit dem Scheiß. Ja, ich musste jetzt drei Minuten warten, bis irgendwas passiert. Nein. Nicht sterben. Hör auf, Gottverdacht nochmal. Ah, Frontflip nach dem anderen. Du bist doch so ein jüdisches Stil. Ich hab dich noch nicht beim Handy erwischt. Alter, verpiss dich. Was? Was war das? Ja, schweres Rotkwinte. Äh, Quatsch. Schwieres Hauptschützengewehr. Wenn ihr jetzt auch noch mal hakt. Schau. Schau. Schau.